ach so jetzt läuft die zeit genau jetzt jetzt darfst du habe das knickelbuch geschrieben das was hab das knickelbuch geschrieben das ist marcus innerer schweinehund das ist der der das knickelbuch erfunden hat kinder fütterungszeit genau marcus lass nichts übrig das ist die neue zähler und wischung weg roll das ist original drauf alter ich werde mich dann jetzt zu meinem zwölften aufmachen ihr werdet dann nach nie wieder was von mir hören